heute haben wir mal einen bo piep china böller d und zwar ich weiß nicht ob man es erkennen kann komm schon mach dich scharf jeco hamburg hersteller yl h herstellungsstätte quanschow china das ist die etwas dünnere variante aus dem bo piepäckchen aus dem china peng mit dunkelblauem cover graue lunte aber dennoch nicht so unterschätzen wie es schon einige male in meinen tests waren und die ich gezündet habe viel spaß dabei zündung der einkauf bei center shop hat sich jetzt auch schon erledigt ich habe nicht das alles bekommen was ich kriegen wollte nico schade brechen voll hier ich war mit im lager davon habe ich auch ein foto ich war mit im container aber ja gold star bombenrohr lässi et cetera sofort ausverkaufen war nur eine v da ja schade aber ich habe ja noch eine zweite filiale ihr lieben büros wir haben jetzt sechs uhr 30 das ist der 29 dezember 2015 und ich bin auf dem weg von duisburg nach mönchengladbach zum center shop und ja um sieben eröffnet der center shop zum feuerwerks verkauf und ich freue mich riesig ich habe jetzt 38,5 kilometer auf der uhr gleich wenn ich dort vor der türe ankomme und ich wünsche euch viel spaß noch gefühlte 150 meter und wir sind endlich da center shop ist meine erste station von insgesamt sieben heute und ich schaue mal der parkplatz ist leer ich bin der erste ich bin der allererste ich bin der allererste juhu super um sieben uhr öffnen soll ja nichts los hier auf dem parkplatz gar nichts ich bin der erste da ist der center shop bis später so ihr lieben aldi wäre somit auch erledigt aber einmal diese heuler batterie dreimal reno zweimal raketensortiment rio das war es beim aldi so ihr lieben wir sehen könnte ich bin bei norma das auto ist schon relativ na was heißt wohl aber passt noch einiges rein ich bin ja sehr enttäuscht vom center shop da hat mir natürlich ein bisschen so ja 23 artikel die mir gefehlt haben aber egal die geilsten sachen kommen noch nachher zum fachhändler wo ich meine vorbestellung abholen kann und dann ist er alles gut mit meinem black box und heron babies hat ja dann wollen wir doch mal schauen was die leslie superbella 1 so drauf haben heute lieben hier willkommen zur ersten silvester tour 2015 zünden verschiedene artikel er etwas ältere artikel als aktuelle ware beginnen mit komet d böller dieses jährige charge war schon mal nicht schlecht machen weiter mit diamond d 2015 überrascht mich doch sehr nachdem ich sie jetzt drei tage fast auf der heizung getrocknet habe machen weiter china böller d von keller auch nicht schlecht machen wir noch mal einen diamond die zwiebeln aber richtig das hätte ich nicht gedacht hammer hart auf jeden fall kommt man kann man denn hier b böller ungefähr 97er charge die pokus naja das war noch ist zwar schon ton erder mit drin aber das ist noch eine gute verarbeitung und dann dürft ihr gespannt sein auf den raritäten test nachher in der wohnsiedlung der ersten böller runde zu silvester 2015 wir zünden jetzt einen weko kanonenschlag aus dem lidl 4,5 gramm nemm auf einmal nur noch nicht so wie es sonst immer war jetzt wollen wir hoffen dass er nicht durchzündet ich habe schon ein video gesehen wow also dieses jahr können sie was ich habe zwar nur ein päckchen zum lange graue lunte solange wie der böller hoffentlich kein puffer schön dumpf der war ganz schlecht später folgen natürlich noch mehr der war krass der war gut der war wirklich gut hier haben wir jetzt noch die b böller jetzt muss ich noch mal kurz jetzt mit was ganz feinem rot regen pyro cracker oh gepufft oh gepufft scheiße muss ich ganz ehrlich sagen feistel tannenwald aböller 98er charge boah gewaltig und überall schnipsel überall schnipsel einen rotring probieren ob es diesmal besser klappt ja der war schon besser aber auch ein bisschen verpufft aber was für schnipsel wow weko kubischen von lidl war ich ja sehr überrascht testen wir nun ein zylindrischen vom kaufland nicht schlecht auf jeden fall besser wie im jahr zuvor und nun folgen noch mal ein paar der pyro cracker der hse charge 4 2000 hse paar pyro cracker so gewaltig wo schnipseln die boah was die noch schnipseln schaut euch die schnipsel an unglaublich hammer gut da ist ja noch zwei schinken von ab willkommen zur nächsten böllertour von mir beginnen direkt mal wieder mit einem fkw b-böller weil die so viel spaß machen extrem jetzt mal was feines hse charge wo eben die pyro cracker von gezündet haben jetzt die a böller hammer die sind auf jeden fall der hammer und schnipseln 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 jetzt mal 90er jahre mit stern logo pyro cracker geplant tut man doch noch richtig gut sehr gut feist black cat letzte charge hammer die schnipseln und nun was ganz besonderes Veko Corsair Abeler graue Lunte beste Verarbeitung ich kann euch versprechen das wird ein Rums die besten A-Börder die ich kenne wenn der jetzt richtig abgeht ok sind das schnipsel ist das ein Rums ein Rotring hinterher Variante Nummer 107 Georg Richter Yunlong Hong Popip ich denke mal auch so Ende der 90er oder Anfang 2000 sogar noch die so schön sind hohoho ich komm äh nix kommit äh Diamond D 2015 schön schön keller 2015 boah also keller mit Diamond im Moment wirklich vorne auf also